Die nächste Kampffanzung in der Gewichtsklasse 21 Kilo im Freien Stiel für die Regiergemeinschaft Woldemar Woll gegen Klaus Torzau. Woldemar Woll gegen Klaus Torzau. Woldemar Woll. Woldemar Woll gegen Klaus Torzau. Die nächste Kampffanzung in der Gewichtsklasse 60 Kilo im Freien Stiel für die Regiergemeinschaft Woldemar Woll gegen Klaus Torzau. 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 Reiner, reiner, reiner! Unablaut! Können Sie das nochmal an? Reiner, 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 reiner! Reiner, reiner! Unablaut! Unablaut! Wärme Rauf! Zwei Blumen, zwei Blumen, zwei Blumen. Zwei Blumen. Eins, zwei Blumen. Ah nein! Eins, vier, so ist nicht. Hier ist noch. Aufpassen! Achtung! 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 Sonnenlot! 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 Achtung! Vielen Dank. 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 Vielen Dank.